Meine Damen und Herren, ich möchte kurz die Kämpfer vorstellen. Der Mann in der roten Ecke, Vitaly Gafuro, vom Boxing S, trifft in dem ersten Finalkampf um das Jena WV-Meisterschaft in der Gewichtsklasse bis 56 Kilo. Auch Ali Eidi vom HBC Homeboy. Geleitet wird dieser Kran, der ist weg, der Elfer ist weg, dafür macht unser den Elf. Ringfrei Runde 1. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ali Heinrich in der blauen Ecke vom ABC, 17 Käpt'n wieder von 10 Siegen Ali ist Bezirksmeister 2011, einzigartig groß und ebenfalls Schüler Ali Heinrich in der Branche Achtung des ZDF, 2020 Ringfrei Runde 3 Runde 3 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.